Mama! 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 Oh, da bist du ja! Ist das ihrs? Ich habe ein Rezept dafür. Ist deine Mutter immer noch nicht da? Sie nimmt von ihre Medizin. Dadurch produziert der Körper neues, gesundes Blut. Aber in Amerika gibt es einen Arzt, der kann sie wieder gesund machen. Das ist ein Lohr. 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 Ladies and gentlemen. As you can see, we have control of the plane. Das ist alles gut. Wir wollen unsere Operation mit der Hitsch. Wenn nicht... Use your imaginations. Ich bin so gut. was ist ein Lohr? Was ist das? Ich bin so nett, zuerst. Ich bin so nett, ich bin so nett. Ich bin so nett. Das ist ganz nett. Das ist ein Lohr. Hast du Blut getrunken? Es ist der einzige Weg, sie zu stoppen. Oder sie werden alle in Bord. Wir schaffen das nicht. Du kannst es nicht mehr.